Mein Name ist Ralf Lorenz, ich bin Steinmetz und Steinbildhauermeister und ich arbeite mit den jungen Leuten aus Frankreich schon seit neun Jahren zusammen und also mir macht es immer sehr viel Spaß ihnen etwas zu zeigen, weil man merkt einfach, dass sie wollen, dass sie Lust haben, um etwas Neues zu erfahren.